So, der Ausflug war ganz toll, hat viel Spaß gemacht und es waren viele tolle Geheimtipps dabei. War interessant, oder? War sehr gut, ja. Okay, ja. So, der Tour heute ist ein Highlight, Bangkok Highlight. Grand Palace, Wat Pho, Reclining, Buddha, Tempel. Und dann Indien-Tau, China-Tau. Und wie war der Weg von Blumenmark bis hier? War sehr spannend, weil wir durch ganz enge Gassen durchgemaufen sind, wo es viele unbekannte Sachen gab. Ah, ja, okay. Und wie war der, wer hat der Bittergetränk probiert? Hast du probiert? Okay, bitte sag mal die chinesischen Kräuter. Er war sehr bitter. Ah, ja, ja. Aber wenn man auf Ex-Bunder trinkt, dann geht es schon. Ah, gesund, ne? Ja, weil es gesund ist, genau. Okay, das war interessant. Ja, jeder kann find Grand Palace in Wat Pho, aber auf der kleinen Allais, von Indien-Tauern bis China-Tauern, ist nicht einfach zu finden. Ja, okay. Jetzt ist es Ende der Tour. Wir sind in der Lokal Restaurant. Auf der Topf der Restaurant. Von hier kann man sehen, die 5-star Hotel, wie Millennium Hilton, Chirago, Oriental Hotel, die View der Chao Freya River. Das Restaurant hier, wir sind auf der Topf der Riverville Guesthouse. River-Wide. So, welcome to Bangkok. So, enjoy your meal, ja? Guten Appetit. Ja, okay.